Ja, es gibt kulturelle Unterschiede und man kann jetzt einmal sehr vorsichtig oder sehr flapsig sagen, dass wir Mitteleuropäer uns dem Zusammensein erst wieder annähern müssen, dürfen. Wir Mitteleuropäer dürfen uns dem Zusammensein erst wieder annähern. Es ist sicherlich so, dass es in Südeuropa, Südamerika und in Asien wesentlich mehr gelebt wird, dieses soziale Zusammensein. Sei es jetzt, weil instinktiv in der Kultur gewusst wird, worüber wir gerade sprechen, dass der Mensch eben kein Einzelwesen ist, weil das eben dort gewusst wird und deswegen auch praktiziert.